Hi, ihr seid wieder bei Kaos Kanz, ihr seid bei Angie und heute gibt es Faszien Pilates. Ja, Faszien kennt ihr inzwischen, das ist ja Bindegewebstraining und Pilates kennt ihr inzwischen ja auch, Training für den ganzen Körper. Schwerpunkt aber Bauch und Rücken. Und das zusammen ergibt eine tolle Fusion, ein tolles Training und jetzt kommt der erste Teil, wir starten mit Warm Up. Ihr braucht nur ein bisschen Platz, mehr braucht ihr nicht, ich gehe mal ein Stück zurück. So, Achtung, wir stehen ganz entspannt und jetzt die Arme öffnen und schließen, auf und tief, auf und tief, nochmal, auf und tief, wie ein großer Adler, komm mit und auf. So, jetzt geht es um 10 Stand, nochmal und lift hoch, anheben, senken, nochmal, anheben, senken. Na, das kann ja jeder, oder? Komm, nochmal, gleich geschafft, der letzte, guck an, rund und auf, rund, nochmal, rund. Ich hoffe, du kannst es gut sehen, der Rücken wird gerundet, so ein bisschen wie eine Katze. Ja, und rund. Ich gehe wieder zurück. Achtung, ein Schritt, vor, zurück, vor, zurück, oder vor, zurück, vor, zurück. Noch mal, vorne, zurück, vorne, zurück. Noch einmal, letzte Mal. Sehr gut, Achtung, rechter Arm zieht auf. Du machst einen Schritt, raus und raus. So, der Arm geht zum Knie und du ziehst auf und du machst nur ein Schritt, noch ein Schritt, auf. Sehr gut, nochmal, die letzten vier und vier noch. Drei mehr. Zwei noch. Achtung, letzter, wir wechseln und raus und rein. Hand geht zum Knie und zieht auf. Genau, du machst einen Schritt nach außen, das andere Bein steht, du ziehst auf, machst die ganze große Fasselinie auf. Ab, genau, sehr gut. Achtung, jetzt geht's rechts ran, links ran. Probieren. Ich glaube, das sieht gut aus. Komm mit und seit, ab, seit, ab. Nochmal. Du siehst große Bewegung, ja, Fasselin lieben große Bewegung und deswegen machen wir das jetzt auch hier. Gleich geschafft, du hast noch zweimal. Letzte. Achtung, Hände hoch und tief. Das ist so ein bisschen wie heute Holz hacken und erst erstmal nur oben und tief. Und hoch und ab, hoch und ab. Nochmal. Jetzt nehmen wir die Beine seitlich. Komm, hoch, seit, ab, seit, ab. Das ist Holz hacken, seitlich und seit und ab. Komm, gleich nochmal. Letzte. Achtung, in die Mitte zurück. Los geht's. Und hoch hoch und ab. Wenn du kannst, gehst du in den Zehnstand. Lüft ab. Und hoch. Gleich geschafft. Anheben, senken. Anheben, senken. Achtung, wir wechseln die andere Seite. Holz hacken. Und hoch und seit. 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 Mach dich auf und tief. Groß und klein. Kleine und große Bewegung. Yes. Der letzte. Hoch, öffnen. Achtung, weine Öffnung. Rechte Hand. Seit. Pendeln. Yes. Pendeln. Große Bewegung. Pendeln. Nochmal, nochmal. Pendeln. Yes. So, jetzt guck mal, meine Schulter taucht ein. Ich krieg eine richtige liegende Acht. liegende Acht. Yes. Sehr gut. Nochmal. Eintauchen. Eintauchen. Und eintauchen. Auspendeln. Wir wechseln den Arm. Achtung. Raus. Nur pendeln. Und raus. Und machst du so eine Bewegung von den Knien rechts und links. Easy going. Und raus. Pendeln. Raus. Pendeln. Achtung, Schultern kommt. Und Schulter taucht ein. Yes. Mach eine fließende Bewegung. Stell dir eine liegende Acht am Boden vor. Und fliegende Acht. Nein, nicht fliegende Acht. Liegende Acht. Naja, fliegen tut er auch. So, die letzten. Los geht's. Und Arm über Kopf. Das kennst du. Easy grand plié. Und tief. Tief. Kniebeuge. Und tief. Arme schwingen. Nochmal. Wir haben's gleich geschafft. Einen haben wir noch. Die letzten. Komm. Vier noch. Drei mehr. Zwei noch. Letzte. Und ausatmen. Ausatmen. So. Jetzt eine Hand auf deinen Bauch. Arme ist links. Rechter Arm geht raus. So. Und jetzt gehst du nach vorne und machst einen Druck. Spür mal, was hier passiert. Ja. Du solltest deine Bauchmuskeln spüren. Spür deine Bauchmuskeln. Und zwar auf der Seite hier. Das kannst du gut spüren. Kurze kleine Bewegung. Okay. Wenn du das hast, wechselst du. Andere Hand. Spür deinen Bauch. Oh ja, ich spür alles. Atmen, atmen, atmen. Das ist die 100 im Stehen sozusagen. Ja. Und Achtung. Beide. Und Zirkel. Zur Tendenz nach vorne. Zirkel. Konzentration auf deinen Bauch. Und Zirkel. Ich hoffe, du kannst es gut spüren. Ich kann es sehr gut spüren. Und jetzt gehst du nochmal zusammen. Press. Komm. Press. Kurze kleine Bewegung. Warm-up haben wir gleich geschafft. Das ist gleich vorbei. Atme, atme, atme. Bisschen noch. Vier noch. Drei mehr. Zwei. Letzte. Schwingen lassen. Luft holen. Schwingen lassen. Und fallen lassen. Und jetzt gehst du noch einmal in die Knie. Hier. Nimm die Knie mit. Komm. Wir gehen ins Finale. Warm-up. Yes. Fallen lassen. Kommt der Letzte. Jetzt einfach nur öffnen. Warm-up geschafft. Okay. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir gehen gleich in den zweiten Teil. Da kommt nämlich der Hauptteil von Faszien Pilates. Und ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Schalt rein bei Kaos Kanz. Und vor allem gib mir einen Kommentar. Tschüss. Tschüss.